Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Pfarrhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal alternative Möglichkeiten zeigen, wie man auch Keywords zunächst recherchieren kann. Hier ist zunächst einmal Google selbst zu nennen, wenn Sie also hier das Wort Rasenmäher eingeben, dann zeigt Ihnen Google in dieser Auswahl weitere Suchbegriffe, die Sie entsprechend sammeln können. Auch das Tool Suggested macht dies, zeigt die Suchbegriffe dann aber in einer Liste an, die Sie entsprechend auch hier markieren können. Und eine weitere Möglichkeit ist das openthesaurus.de, wo Sie Synonyme suchen können. Das heißt, zu dem Begriff Rasenmäher wäre beispielsweise das Wort Grasmäher gefunden worden. Sie müssen hier eben schauen, ob die Ergebnisse, die hier geliefert werden, Sie weiterbringen. Aber es ist eine Möglichkeit, um eben nach Assoziationsketten, nach Synonymen suchen zu lassen.